Last Action Hero im VHS Style, mein erster Fehlkauf des Jahres. Ja, hallo meine Freunde, ich grüße euch zum heutigen kurzen Video. Ich werde euch nicht lange aufhalten, heute versprochen, aber ich muss euch jetzt mal meinen ersten Fehlkauf des Jahres 2019 vorstellen. Und zwar bin ich letztens hier auf Amazon.com so ein bisschen rumgescrollt, ein bisschen hier geguckt, ein bisschen da geguckt. Ja, und dann bin ich dann hier auf die Last Action Hero Retro VHS Look Edition gestoßen. Bei mir war das damals noch ein bisschen teurer als die 7,50. Ich weiß nicht, ob es die 8,79 waren. Auf jeden Fall dachte ich mir, oh geil, Last Action Hero im Retro VHS Look direkt bestellt. Keine 15 Dollar mit Versand, mich tierisch gefreut. Ich bin ja ein riesen Schwarzenegger Fan, habe auch Last Action Hero in, ja, zwei, drei Editionen in der Sammlung. Ja, und das Teil ist jetzt vor kurzem angekommen. Ähm, ja, man sieht es jetzt hier auch schon ein bisschen gespoilert an den Bewertungen, zwei von fünf Sternen. Ich hätte wahrscheinlich jetzt auch nur ein oder zwei Sterne vergeben. Ich werde das Ganze jetzt mal einblenden. Ja, das Ganze war ein riesen Flop. Der sogenannte Retro VHS Look ist einfach, ja, ein Slipcover, also ein Schuber über der Blu-ray Amari, der einfach so ein aufgedrucktes Motiv hat, wie von einer VHS Hülle, aus der so ein bisschen die Videokassette rausguckt. Und das war's schon. Zu allem Übel hat die Blu-ray noch nicht mal Untertitel oder irgendwelche Extras, also unterstes Niveau leider. Wäre auch zu schön gewesen, da jetzt so ein Last Action Hero im VHS Look oder als VHS Edition zu bekommen für einen super Preis. Aber hätte ja sein können. Also ich meine, was sagt ihr, wenn ihr jetzt hier dieses Bild seht, das hier als Vorankündigung angezeigt wurde? Sieht doch eindeutig aus wie eine VHS Edition. Klar, wenn ich jetzt im Nachhinein draufklicke und weiß, was mich erwartet, könnte ich natürlich auch behaupten, hier oben wird man ja so ein kleines bisschen noch das Blau von der Amari sehen. Aber ganz ehrlich, da habe ich überhaupt nicht drauf geschaut. Und wenn man es jetzt hier von den Bewertungen ausgeht, ja, sind die meisten enttäuscht von dieser Edition. Also wenn ihr auf Amazon kommt, stöbert und lest irgendwas. Es gibt auch noch hier andere Filme mit Retro VHS Look, glaube ich. Wenn ihr da irgendwas lest, ja, lasst einfach die Finger davon. Ihr wisst jetzt, was euch erwartet. Und das war es eigentlich schon. Hier sehen wir das mal. Hier gibt es einige, einige hier im VHS Look. Lasst die Finger davon. Ist einfach nur ein Schuber, der über der Amari drüber ist und Ende. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten, amüsieren, warnen. Wenn ja, lasst ein Abo da. Aktiviert die Glocke, um auch die zukünftigen Videos nicht zu verpassen. Ich nehme es jetzt mit Humor. Was soll ich noch anderes machen? Aber vor allen Dingen verabschiede ich mich jetzt von euch. Danke, dass ihr euch die paar Minuten Zeit genommen habt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, meine Freunde. Ciao, ciao. Ciao.